Hallo und grüß euch. Wir sind im Studio heute von AC Pictures in Pichlwang. Hallo. Hallo, grüß dich. Hallo, servus. Die Cornelia von AC Pictures ist ein neuer Partnerbetrieb von uns, von Trainjobs und der Werbechance. Und wie ihr schon seht, haben wir schon alles mögliche aufgebaut heute für den heutigen Videodreh. Und wir werden in Kürze beginnen. Die Cornelia hat sich vor kurzem für die Werbechance beworben und angemeldet und nimmt an diesem Marketing-Netzwerk teil. Cornelia, bitte sag uns kurz in zwei Sätzen ein bisschen was über deine Firma, wie lange es es schon gibt und so weiter und so fort. Okay, AC Pictures gibt es seit vier Jahren. Vor vier Jahren habe ich mich selbstständig gemacht, habe die Leidenschaft wieder gefunden in der Fotografie und habe mich dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen. Im Studio bei uns da sind wir jetzt seit circa zweieinhalb Jahren, wo wir Familienfotos machen, Portraitfotos machen, Neugeborenenfotografie und Ebenbau. Und was wir natürlich auch noch ganz viel machen, sind Prozeiten. Wir sehen hier ein wunderschönes Studio. Wie lange seid ihr schon da? Wir sind jetzt seit circa zweieinhalb Jahren im Studio, wo wir es natürlich perfekt empfachten können. Für alles Mögliche haben wir diverse Utensilien, eben ob das jetzt der Neugeborenenfotografie ist, so wie wir es auch zum Beispiel im Set haben oder ob das Babybrauch ist, da werden diverse Utensilien immer dazu oder Familienfotos. Also du hast das Herz begehrt, können wir dann in einem bisherigen Arbeitsmarkt. Herr Ede, kannst du uns nur kurz sagen, warum hast du dich für die Werbeschance und für Trennschutz entschieden und was gefällt dir eigentlich am meisten an unserer Werbentätigkeit? Also an der Werbeschance gefällt mir einfach das irrsinnig gut, weil es eh so umfangreich ist, wie es sich macht, es geht extrem auf die Kundenrutsche ein. Es schaut, dass die Kunden einfach kurz gewinnt sein. Und die sind auch nicht gut. Wir sind nicht gut von Leuten, wo wir eigentlich sind. Dankeschön.